Oh cool, zeig mal! Hallo! Hallo! Sollen wir so mitmachen? Irgendwas ist mit denen los? Äh... Hallo Kinder! Willkommen zu Andi's und Levi's Kidna-na-na! Heute haben wir... Überlaufenseier von den Schlümpfen! Genau! Steht's auf! Ja! Also... Hier gibt's diese Figuren. Ich hoffe, ich bekomme... Hier diesen... Hier den... Hier den... Und das... Okay! Also in jedes Päckchen sind zwei Figuren garantiert von den Schlümpfen. Die anderen zwei Eier sind... Keine Ahnung... Okay, Eier... Zwei Figuren... Andere später... Warum? Egal! Levi's, fang du an! Okay... Ah... Es ist ab drei Jahren... Ach... Das sind die zu dünne... Mach ich mal den ersten auf... Lege ich dann die Schokolade? Nein... Nein... Du hast doch welche! Okay... Ich mach schon mal meine auch... So... Wie? Kalmschlup ein Teil... Also... Kalmschlup! Was ist das? Ist das aufkleber? Oder was ist das? Okay... Ich mach schon mal auf, okay? So ein Blay Blay... Mmm... Lecker! Blay Blay... Die Schokolade schmeckt immer lecker! Okay... Oh... Wo muss man das denn machen? Bitte schlumpf wieder! Bitte! Kein Schlumpf! Was ist das? Hm... Weißt du was das ist? Was? Mmm... Oh... So... Was ist das? Oh... Cool! Zeig mal! Cool! Ein Stift! Das ist ein Stift! Hier gibt es diese... Ich hab da diesen blauen hier... Der ist eigentlich gut... Ich guck jetzt mal, wie das gebaut geht hier... Ich hab den grünen... Ich hab den grünen... Also... Habe ich immer noch nicht verstanden... Okay... Ja... Hab ich jetzt... Was davon? Jetzt werde ich es mal hier versuchen... Das sieht so aus... Ah... Jetzt wird es... Ja... Schon leer ist... Egal... Ich mach hier draus... So... Ich hab den grünen... Ich hab den grünen... Ich hab den grünen... Ja... So... Zeig mal wie der sich sieht... Warte... Was ist das so? Cool... Und das ist so wegen... Hier... Das ist nicht so ein... So... Irgendwie anders... So... Mein zweites Überraschungseil... Bitte... Schlumpf ihn an! So... Bitte diese Katze... Wie heißt die? Toll... Ein Löwenpapa... Und... Sein Kind... Ach... Sorry... Ach... Haben wir das schon? Cool... Das haben wir doch schon... Mhm... Das ist so schön... Schau mal da... Okay... Ein drittes Überraschungseil... Dann ist ein Schlumpf da... Und da... Okay... Ja... Ich hab einen Schlumpf! Und wen hast du? Weiß ich nicht... Warte... Warte... Okay... Ich hab hier diesen... Warte... Den oder den? Den... Das ist... Öh... Wie haben sie? Wie haben sie? Wie haben sie? Okay... So... Was geht's? Hallo... Was hat denn die Hand da? Welchen Schlumpf hab ich? Ja... Schlumpfine! Uh... Mit ne Schatzkarte... So sieht's aus... Sieht man hoffentlich gut... Warte... Und... So... So... Hier steht... Schlumpfine... Mein Grund... Mein Grund ist es... Der die... Schatzkarte ist... Hey... Machst du... Machst du... Ja... Ach... Gut... Hab ich hier was? Ja... Rot... Auch... Braun? Ne... 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 Nur Rot... So... Sag wirklich... Ich hab keinen Braun... Hab jetzt wirklich... Nein... Der ist nur Rot... So sieht's aus... Jetzt hab ich den... Oh... Sag nicht, dass ich ihn wieder hab... Echt süß... Ja... Schon geklappt für mich... Cool... Er guckt in eine Zeit... Äh... Wie heißt die? Zeitlupe doch nicht... Äh... Durch... Lupe... Durchlupe... Wie heißt die? Lupe... Ja... Eine Lupe... Na... Ah... Das ist nett... Man sieht alles voll weit... So... Mein letztes... Ich hab den Papaschlumpf... Cool... Zeig mal den... Diese Lupe nochmal... Guck mal das hier... Zeig das mal hier so... 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 Hey... Bleib stehen... Irgendwie alles verschwommen... So... So... Wen hast du... Oh... Papa Schlumpf... Cool... Genau... Der... Papa Schlumpf... Von den... 99... Schlümpfe... Der ist cool... Hm... Er hat 99... Oder 100... Seite durch... Oder... Levis... Du hast noch eins... Ja... So... Was tue ich rein... Levis... Was hast du bekommen? Hm... Die beiden... Die haben wir ja gar nicht... Die haben wir ja gar nicht... Die haben wir ja gar nicht gezeigt... Zeig mal... Das ist... Der Schlau... Dieser Schlaue... Der Schlaumeier... Ja... Der Schlau... Und wer hatte das? Das ist... Das ist... Lomsi... Hattest du das auch? Hm... Ah... Ich hatte Papa Schlumpf... Und Schlumpfina... So... Okay... Dann hattest du die zwei hier... Wirklich... Kuchen... Hm... Auch so ein Stift... Hm... Soll mich auch schon... Ah... Auch so ein Stift... In Orange... Ja... Ja... Mal der... Ja... Wie... Nein... Wee... Mal hier drauf... Okay... Cool... Hallo... Der... Der... Überraschungsei hat... Haar... Äh... Oh... So... Hm... 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 So... Levis hatte... Den Schlaubi... Und den... Klumsi... Angie hatte... Papa Schlumpf... Und Schlumpfina... Genau... Das einzige Mädchen... Die Arme... Du hast ja sehr tolle Schlümpfe bekommen... Hm... 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 Aber was... Wo ist das hier denn? Ah... So ein Halter... Ja... Egal... So... Das war's mit dem Video... Genau... Okay... Was sagen wir denn? Macht Dau hoch... Genau... Abonniert uns... Bis zum nächsten Mal... Tschüss... 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 Untertitelung des ZDF, 2020